Ja, mo mo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Pokémon Soul Server in der Random-Naslog-Variante. Und heute gehen wir zum Arena-Leiter und werden da fröhlich vor uns hinkrepieren, weil ich zu stolz bin zum Trainieren, weil ich glaube, dass wir das auch so schaffen können. Aber glauben ist nicht wissen und vor allem ist das auch nicht überleben. Wir werden höchstwahrscheinlich sterben, jedenfalls nur ein paar von uns, aber so funktioniert das halt. Wenn der Zero zu stolz ist zum Trainieren, weil er einfach nicht glauben kann, dass er gegen einen Arena-Leiter verlieren könnte, dann ist das halt so. Und darum dürft ihr nicht sauer auf mich sein, wenn ihr sterbt. Dann kam wieder der Frühling und hast du dich gesehen, die Frau ist alt, wir haben es alle verstanden. So, draußen bohrt mein Nachbar fröhlich vor sich hin, ich hoffe ihr hört das nicht. Aber sie setzt schon mal Apollo ein auf Level 22, das heißt, das meine lieben Freunde ist schon der erste Versuch, wie wir gegen einen Apollo kämpfen. Oh, Tiefschlag. Okay, ich hoffe Gengar beherrscht nur Spukball. Aber holy shit, guckt euch das an. Tiefschlag ist alles gar kein Problem, wir ziehen uns einfach gleich einen Heiltrank rein und dann kämpfen wir gegen den Arena-Leiter. Wir werden als allererstes unser Quapuzzi einsetzen, unseren Stöpsel sozusagen. Ein Wasser-Pokémon-Stöpsel, das ist hellig. Jedenfalls, wir werden das reißen. Laurin ist jetzt auf Level 20, das heißt, unsere Chancen sind gerade nochmal drastisch erhöht worden, dass wir das Ding auch reißen können. Cleopatra, ich hoffe, du bist nicht die Richtige. So. Ja, den Weg kenne ich noch. So, so und hoch. Ach, da kommt ja noch jemand. Ge-ge-ge-gewonnen. So, jetzt kriegst du aber sowas von aufs Ma-au-el. M-m-m. Oh, Nebulak. Wer ist wahrscheinlich Fluch, aber ich mach ihn kaputt. Okay, ich hoffe, du setzt jetzt nicht Fluch ein. Wobei, er ist danach tot, also setz ruhig Fluch ein. Weil Fluch zieht ihm die Hälfte dein Leben ab. Selbst wenn er es macht, es ist halt dumm. Easy. Easy going. So. Vorsicht, ich mach mal mein Tablet hier an. Alpollo möchtest du den Kampf schicken? Mit Tiefschlag. Wir setzen mal Stöpsel ein. Stöpsel kannst bestimmt reißen. Ähm, das ist Adventure-Kapalette. Kapatelist. Was? Kapatelist. Keine Ahnung. Das ist auch zu doof. So. Auf jeden Fall Tiefschlag kann er. Der kann Tiefschlag. Und Tiefschlag war Unlicht. Ich will auch Tiefschlag können. Aber ich setz einfach Hypnöse ein. Ja. Easy. Wir haben gegen den Erinnerleiter gar keine Probleme. Ich sag euch, Freunde, wir werden das Ding reißen. Das ist unglaublich. Unser Stöpsel ist schnell. Schneller als ein Alpollo. Und kann Regentanz einfach mal einsetzen, weil der sowieso pennt. Oh, dann sitzen wir es ja fein. Ähm. Bitte nicht töten. Bitte nicht töten. Du darfst alles machen, Alpollo. Aber töte ihn bitte nicht. Er ist mir sauwichtig. Nachtnebel. Das tötet ihn nicht. Das tötet ihn nicht. Nein, 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 nein. Das würde ihn niemals töten, Freunde. Stöpsel ist viel zu mächtig dafür. Viel zu mächtig. So. So. Ich finde es ein bisschen traurig, dass jedes Mal, wenn ich Hypnose einsetze, der Penner immer nur eine Runde schläft. Ist ein bisschen fies. Ist aber egal. Nebulak. Den One-Hittenber. Den One-Hittenber, Freunde. Der hat nicht so viel Leben, wie das Alpollo. Weil er nicht entwickelt ist. One-Hit. Ah, was habe ich gesagt, Leute? One-Hit. Sehr schön. Jetzt kommt der Arena-Leiter. Und wie ihr seht, wir sind eigentlich ganz gut vorbereitet. Also, wir machen ihn kaputt. Wir machen ihn einfach kaputt. Okay. Scheiße, Mann. Er hat Angst. Ich will nicht. Ich will nicht. Okay. Mein Plan ist es auf jeden Fall, Stöpsel und Laurin einzeln einzusetzen. Stöpsel, gib dein Bestes. Freunde, wirklich. Nein, Stöpsel ist tot. Stöpsel ist tot. Ah, hier in Tick City werden Pokémon schon seit jeher als mystische Wesen verehrt. Und wir glauben an eine alte Sage, die besagt, dass hier einmal einem sehr talentierten Trainer ein legendäres Pokémon erscheinen soll. Mein ganzes Leben lang habe ich fest daran geglaubt, dass die Weissagung irgendwann eintreten wird und zu diesem Zweck im Geheimen trainiert. Nun besitze ich die Gabe, Dinge zu sehen, die andere verborgen sind. In diesen Visionen kann ich den Schatten eines Menschen erkennen, der die Fähigkeit besitzt, das legendäre Pokémon dieses Ortes herbeizuführen. Und ich glaube, dass dieser Mensch niemand anderes ist als ich. Komm und hilf mir bei meinem Training. Das bin ich, mein Freund. Kannst aber nicht glauben, dass du gemeint bist. Komischer Vogel, ey. Der läuft mit dem Schal und mit dem Stürmbad durch die Gegend. Mann, draußen ist 30 Grad. So, Nebulak. Wir machen dasselbe wie vorhin auch. Hypnose. Regentanz. Surfer. One-Hit. Das wird ein One-Hit-Wonder, Freunde. Ja. Das heißt, ein Nebulak-Level 21 ist schneller als ein Nebulak-Level 20. Oder seine Werte sind krass erhöht worden extra für den Arena-Leiter. Das kann natürlich sein. Das erste Pokémon-Wonder. Easy going, ausradiert. Keine Chance hat der Bengel gehabt. Siehst du mal. Sehr schön. Jetzt kommt das nächste. Ich hoffe, es ist nicht Gengar. Ja. Gut, wenn wir das Gengar fertig machen. Alles gut. Aber dann kommt noch das Nebulak. Glaube ich. Ne, er hatte vier Pokémon, oder? Hat er vier Pokémon? Ja, er hatte vier Pokémon. Zwei Nebulaks. Level 21 und 23. Du bist 25. Das heißt, wir setzen mal Gesang ein. Natürlich treffe ich nicht. Gegenstoß. Du dreckiger Wichser. Da kommt er mit Hypnose. Na komm, setz Fluch rein. Setz dein... Okay, setz nicht Fluch rein. Noch nicht. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Halt, stopp. Es ist noch nicht der Zeitpunkt. Ja! Abgezogen. Jetzt kannst du Fluch rein setzen. Schläfer mich ein und setz Fluch rein. Ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal. Okay, setz nicht Fluch rein. Wobei, doch, doch. Setz Fluch rein. Doch. Setz Fluch rein. Gar kein Problem. Der hat jetzt nämlich wieder die Hälfte an Leben und wir haben kaum noch AP. Okay, nein, setz nicht Fluch rein. Wir haben Glück. Es ist unglaublich. Wir haben ein Glück. Wir haben richtig Glück. Gegen den scheiß Arena-Leiter. Komm, setz noch einen Übertrag ein. Ich will's wissen. Was will er jetzt noch machen? Spukball wirkt nicht. Er kann nur Hypnose machen und dadurch ist er tot. Ja, Hypnose, sag ich schon. Er ist Fluch. Er kann nur Fluch machen. Norin ist tot. Aufgewacht! Aufgewacht! Du Kack-Nub! Holy shit! Komm, setz dein Polo ein. Komm. Tu es einfach. Tu es einfach. Ist mir scheißegal. Heilige Scheiße! Oh mein Gott! Das war close. Egal, Einflug überstehen wir. Dann wechseln wir halt das Pokémon. Wir wechseln jetzt das Pokémon. Der schläft doch sowieso. Ich werde Stöpsel nicht verlieren. Gut, er schläft weiter. Können wir Magnetbombe gegen ihn einsetzen? Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich weiß nicht, ob er sich nicht verlieren wird. Ja, Alter. Easy going, ey. Das Ding ist tot. Guck, sag ich an. Das Ding ist so tot. Er kann nur deswegen nochmal Fluch einsetzen. Und das wird er nämlich gleich auch machen. Er wird bestimmt nochmal Fluch einsetzen. Snox ist gerade mal Level 16, Alter. Wir müssen Snox als nächstes trainieren. Das wird den Kampf hier überstehen, ey. Komm, wir wechseln jetzt das Pokémon. Logisch. Stöpselchen. Sein letztes Pokémon. Ey, du warst easy. Du warst einfach easy. Also ganz ehrlich. Was ist denn das für eine billige Taktik? Du bist tot. Zum Glück hat er nicht Horrorblick eingesetzt. Ja, dann wechseln wir wieder das Pokémon zu Snox. Und meinst du, kannst du da auch nochmal Fluch einsetzen? Egal. Deine Unlichtattacken wirken nicht gegen Snox. Was willst du tun? Horrorblick. Dafür ist es zu spät. Ich bin froh, dass ich nicht nochmal versucht habe, Hypnose einzusetzen. Ich war kurz davor. Ach, Nachtnebel. Oh. Auch ein bisschen mehr Schaden, als ich dachte. Aber er ist tot. Gottverdammt! Du bist tot, sagte ich. Komm. Er beherrscht ja noch Tiefschlag. Das heißt, ich kann meinen Enikoro nicht einsetzen. Er wird höchstwahrscheinlich aber gleich Nachtnebel einsetzen. Aber es ist mir zu gefährlich. Ich setze einfach Schad ein. Du asoziales Arschloch. Du asoziales Arschloch. Snogs! Du warst meine Sicherheit. Ich wollte mit dir. Ich wollte doch. Dreck. Er war meine Sicherheit. Mit ihm wollte ich alle Explosions-Pokémon töten. Scheiße, jetzt macht das Nebulock echt alles platt, oder was? Er brennt. Er ist tot. Snogs, es tut mir echt leid. Du warst meine Rettung. Und jetzt bist du tot. Scheiße. Dieser dreckige... Der Hypertrank. Und der Horrorblick. Oh, nein. Wieso hat dein Hypertrank nicht beim Gengar eingesetzt? Bullshit. Na gut, dann werden, glaube ich, mehr gestorben. Meine Fähigkeiten im Kampf sind an sich nicht so viel schlechter als deine, aber du scheinst etwas anderes zu besitzen, das ich niemals besitzen werde. Aber gut, hier nimmt diesen Orden. Zero erhält den Phantom-Orden. Mit dem Phantom-Orden gehorchen dir Pokémon bis zu einem Level von 50. Aber das ist noch nicht alles. Deine Pokémon können nun nämlich auch die Attacke Surfer außerhalb von Kämpfen einsetzen. Und jetzt nimm bitte das hier noch. TM30 Spukball. Darin befindet sich Spukball, diese Attacke, wo es sagt, nicht einfach nur Schaden bei deinem Gegner, sondern sägt auch deine Spezialverteidigung. Wenn sie dir gefällt, kannst du sie gerne nach Belieben einsetzen. Das werden wir auch, denn unser Mike muss mal ein bisschen stärker werden. Spukball ist eine Attacke, die eigentlich fast jedes Pokémon beherrschen kann. Das ist eigentlich ein bisschen creepy. So. Ja, soviel zu fast jedem. Mike. Jedes normale Pokémon kannst du, ja genau, jedes normale Pokémon kannst du das erlernen. So Mike. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du mal eine Attacke kriegst, ey. Und erlernst Spukball. Halleluja. Jetzt bist du ein starkes Pokémon. Snox, es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass du gehst, aber du musstest gehen. Naja, gehen wir zum Pokémon Center und jede Folge stirbt eins meiner Pokémon. Oh, ich muss, ich muss es ändern. Ich muss es ändern. Ach, Snox. Verdammt. Ich wollte nicht, dass es so weit kommt, aber anscheinend musste jemand sterben und du warst anscheinend derjenige. Naja, ich weiß, du löst es mir nicht übel, du warst nämlich in jedem Projekt bisher dabei, wo ich Namen ausgelost habe. Weil es ein bisschen creepy ist, weil ich nicht verstehe, warum. So. Heilen wir erstmal die Pokémon, legen unser Pokémon ab, was gerade verreckt ist und suchen uns ein neues. Also wenn es so weiter geht, werden wir es verdammt schwer haben gegen die Top 4. Weil wir dann kein einsatzbereites Pokémon haben. Man muss sich vorher trainieren auf jeden Fall. Deine Pokémon sind wieder topfit. Kommt bald wieder. Äh, Pokémon bewegen. Äh, tschüss, Snox. Es war mir eine Ehre. Ich ziehe den Hut vor dir. Jetzt, äh, jetzt, nicht jetzt, sondern später nach der Aufnahme. Okay, äh. Suchen wir mal einen neuen... Ein neues Teammitglied aus. Ich wollte schon sagen, äh, ein neues Opfer, aber Teammitglied ist, glaube ich, das Wort, was ich gesucht habe. So, 56 sind auch auf der List übrig. Ich arbeite alles runter. 56, so. Und der nächste wird sein, der Dancy. Dancy, ich sage schon mal herzlich willkommen im Team. Wir werden dir jetzt ein Pokémon raussuchen und mal gucken, was es wird. Wir gehen jetzt extra ins nächste Gebiet, weil wir da natürlich ein stärkeres Pokémon bekommen. Äh, wo ging es nochmal lang? Da war ein Weg, aber auf der linken Seite war da auch noch einer, oder? Ja. Ich glaube, das ist der bessere Weg. Genau, hier konnte man damals Magnetilo fangen. Daran erinnere ich mich noch. Ein Panferno. Ja. Äh, wie war der Name nochmal? Äh, Dancy. Du bist ein Panferno? Unser zweites Feuer-Pokémon. Okay. Wieso nicht? Ein Flug-Pokémon hätte ich mir noch gewünscht, aber naja. Man kann nicht alles haben, ne? Panferno wurde gefangen. Wir kriegen nur Entwicklung von Chinch. Wir kriegen alle Starter-Entwicklungen, ne? Wir haben nur nicht Lockhawk bekommen. Wir haben ja nur die Unterentwicklung von ihm bekommen. Flamme. Es hält den Gegner mit flinken Bewegungen zum Narren. Im Kampf setzt es alle Gliedmassen ein. Ja, wieder Feuer-Kampf. Das heißt, wir sind jetzt mit Kampf-Pokémon überseht. Wir haben jetzt 1, 2, 3 Kampf-Pokémon. Ja. So. Dancy. Aber, ihr wisst ja schon, es kann sich alles sehr schnell ändern. Dann. So. Damit haben wir Dancy. Mike. Der Stempsel ist schon das Level 20, ey. Der Zweithöchste, obwohl er so spät dazugekommen ist. So. Die Frage ist, wo gehen wir jetzt hin? Äh, ich glaube, wir müssen nach rechts, ne? Ich glaube, wir müssen zuerst nach rechts. Bevor wir jetzt zu starke Pokémon treffen. Das wollen wir vermeiden. Ich bin damals früher immer recht früh zum ersten Arenaleiter gegangen. Das heißt, zum Stahl-Arenaleiter. Weil eigentlich muss man ja übers Meer. Und dann den Arenaleiter besiegen, den Kampf-Arenaleiter. Jedoch, ich habe es immer anders gemacht. Wo sind? Wo bin ich hier? Oh, das tut mir aber wirklich leid. Jetzt habe ich doch glatt einen passierenden Trainer umgerempelt. Bist du nicht verletzt? Hier, nimm das als Wiedergutmachung. Und jetzt sei tapfer und weine nicht. VM 04. Fliegen. Die Attacke... Stärke? Hä? Wenn du sie einem deiner Pokémon beibringst, kann es damit störende Felsen aus dem Weg räumen. Nicht schlecht, oder? In Ordnung. Dann wünsche ich dir noch einen angenehmen Aufstieg. Oh, die Acken. Dunkelklaue. Aber die werden wir jetzt noch nicht einsetzen. Jetzt setzen wir mal Surfer ein. Dann können wir gucken, ob das wirklich jetzt funktioniert im Wasser oder nicht. Meines Erachtens funktioniert das Ganze nicht im Wasser. Zum Glück war das nur ein Test. Egal, was jetzt stirbt, das zählt nicht, Freunde. Das zählt nicht. Das zählt wirklich nicht. The fuck? 33? Okay. Heilige Scheiße. Ganz langsam zurück. Oh, Gottes Willen. Okay. Dinge, die ich nicht haben möchte. Wasser-Pokémon. Kesselberg. Welchen Level sind hier alle? Sei in einem normalen Level. Oh, Draschel. 14. Was beherstelle ich für Attacken? Sag mal. Tempo-Hip. Oh. Boom. Aufs Maul, ey. Na komm, machen wir den Typen erstmal fertig. Den Denzi wird er richtig viel Erfahrung geben, deswegen machen wir es einfach mal. Gut, die Leute sind also hier in einem vernünftigen Level. Uns fehlen aber Supertränke. Wir brauchen mehr Supertränke. Wir haben gerade zwei verbraucht und mit so wenig will ich dich losziehen. Eine Höhle ist eins der gefährlichsten Orte, die wir betreten können, weil da halt so viele Pokémon auftauchen, dass wir Probleme kriegen könnten beim Aufstieg. Also dann können wir hier dadurch, dass wir die Höhle erkunden, noch ein bisschen leveln. Das dürfte, glaube ich, recht gut sein. So. Zwei Tränke kaufen. Ähm. Ja. Unheil Trank. Auf dem Wasser werden wir übrigens, äh, immer, äh, wie heißt das Ding nochmal, äh, Schutz einsetzen, weil wir da keine random Pokémon begegnen. Das heißt, wir müssen sie nicht besiegen. Aber Goldini Level 33 ist schon hart, ne? Wie man da trainieren könnte, mit einem Pokémon, das, äh, einfach stark gegen Wasser ist. Das könnte man richtig krass da trainieren. Wieso stecken, wieso gehe ich jetzt auf den PC? Ich wollte einkaufen. So. Wo ist hier der Markt? Bist du der Markt? Nein, du bist nicht der Markt. Alter, wo ist hier der Markt? Äh, nein, hier wollte ich nichts kaufen. Oh, danke schön. So, ja, komm, kaufen wir ein paar Superbälle. Nur für den Fall der Fälle, dass wir sie brauchen. So, super Trank. Nehmen wir mal zwei. Und, super Schutz. Nur fürs Wasser. Gut. Wollen wir mal die Höhle erkunden? Können wir überhaupt die Stärke schon einsetzen? Werden wir sehen. Erstmal gehen wir auf den Beutel und bringen jemanden Stärke bei. Stärke. Und dann würde ich glatt mal behaupten, Ja, dir fehlt noch eine ordentliche Attacke, ne? So. Äh, Tickle. Sehr schön. Okay, gucken wir mal, ob wir hier weit kommen werden. Ohne aus Panik zu fliehen. Ein Level, bevor es Tickle beherrscht. Tu es mir echt schon leid. Das arme Carpador. Die reinste Zeitverschwendung. Das wäre ein Albtraum am Anfang gewesen, Freunde. Ein Carpador. Übrigens habe ich, ja, ich habe mein Mikro wieder geschlagen. Jetzt habt ihr auch gerade offiziell gesehen, wie das funktioniert. Weil meine Hände genau unter dem Mikro sind. Und wenn ich dann hochgehe, puff. 40 GB, das hat sich kein Stück gelohnt, ey. Das mache ich damit. Die Höhle wird schon echt schwer. Wir sehen, es kommt so ein Scheiß. Rechte Hand. Ja, das, äh... War eine gute Entscheidung, um das einzusetzen, du. Kannst du auch mal was anderes? Ich glaube... Nee, das sage ich lieber nicht. Ich will hier, könnt ihr freundlich bleiben. Belassen wir es so, dass es rechte Hand ist. Und dann mache ich einen auf den hier und alle wissen Bescheid. So. Sehr schön. Kratz-Furie. Hm. In Pokémon Mystery Dungeon ist das nämlich eine sehr gute Attacke. Und er lernt Kratz-Furie. Nice. So. Pflichter hoch. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein Pokéball. Und wir brauchen hier Kaskade, sehe ich gerade. Okay. Ata ist schon mal nicht schlecht. Was kommt denn hier für eine Scheiße, sag mal. Kann man irgendwas kommen, was mir richtig Erfahrung gibt? So. Megasauger. Jetzt können wir den Megasauger in Aktion sehen. Das bringt dir auch einen Scheiß. Meryl, das bringt dir einen Scheiß. Wir haben vier Kampf-Pokémon. Ich habe kein Pilz vergessen. Wir haben zwei Feuer-Kampf. Wir haben einen Wasserkampf. Und wir haben einen Pflanzekampf. Wir sind voll das Kampf-Team, ey. Wir sind das K-Team. So. Das ist ja das der Grund, warum ich Höhlen immer hasse. Man kommt hier keinen Schritt weiter. Grand Bull. Meines Erachtens bist du ein normales Pokémon. Was machen wir denn da? Uff. Also, du bist jetzt nicht wirklich hübsch. Also, lass das mit deinem Charme bleiben. Mach's das nicht nochmal. Geht doch. Biss. Unlichtattacke gegen ein Kampf-Pokémon. Das hast du nicht wirklich getan. Okay. Zeit für Kratzfuri. Aber wir hätten eigentlich Glut einsetzen sollen, ne? Weil er meinen Angriff gesenkt hat. Aber nicht meinen Spezialangriff. Okay. Ein Glück bin ich nicht parallel. Kannst du mal treffen? Sag mal. Okay. Geht doch. Zweimal hintereinander nicht getroffen. Ich glaub's echt nicht. Okay. Weißt du was? Ich setz einfach jetzt mal einen Trank ein. Wir müssen den Typen trainieren. Also, geben wir ihm mal einen Trank. Wir setzen so wenig Tränke ein. Und am Ende kriegen wir immer Probleme. Das ist schlimm genug. Ich kann mich ehrlich gesagt an diesen Ort hier nicht erinnern. Du warst kein Kampf. Du warst Unlicht, ne? Ich glaub der war Unlicht. Normal Unlicht. Oh ja. Der war auf jeden Fall normal Unlicht. Der hat aufs Maul bekommen. Alter Schöne. Ja, so gönne ich mir das. So gönne ich mir das. Sehr schön. Denn sie ist schon Level 18. Da ist noch ein Ausgang. Ah, ich kann schon stärker einsetzen. Nice. Ich find's eigentlich cool, dass ich diesen Ort nicht kenne. Ein Kleinstein. In einer Höhle. Das nenn ich Zufall. Kann das sein, dass der Random Generator gerade noch nicht mehr funktioniert hat? Was? Das überlebst du? Naja. Was bringt dir das? Die Stärke von der Elektrizität wurde geschwächt. Elektrizität hat nicht mal einen Effekt auf dich. Ganz ehrlich. Was soll denn das? Ich mein klar, wenn du irgendwie deine Pokémon schützen willst, die danach kommen. Bitte. Aber du bist alleine. Gut, Freunde. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder bei weiteren Erkundungen in dieser Höhle. Und es ist wieder mal so, dass wieder jemand gestorben ist. Traurig, aber wahr. Hau rein. Euer Zero. Tschüss.